So, was klingt? Und das ist ja schon ziemlich alt. Das Teil könnte älter sein als ich. Also ich bin eigentlich ziemlich sicher, dass es älter ist als ich. Und wenn du den Verstärker ausschaltest, dann und so spielst du und hörst du diese Metallzungen. Mich hat dieser Sound eigentlich schon immer ziemlich fasziniert. Und da wollte ich unbedingt mal einen Track machen mit diesen Sounds. Und dann habe ich da so mit viel Pedal so rumgespielt. Und dann kam ziemlich schnell das. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.